Ja, welcome back, meine Freunde, zu Pokémon Ultimate Wabi. Wir waren immer noch im Klima-Institut. Ja, Doc bleibt vorne. Und ja, wir müssen gegen diese Team Magma, ich glaub, was soll das sein? Irgendwie, nicht Boss, sondern irgendwie Ober- und Untersekretärin, was weiß ich, hier kämpfen. Du, 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 du. Und hier mal mit dem Ingame-Sound. Ich find, das ist echt genial gemacht. Und so, Doc, dann hau da mal rein bei Kamau. Wir sind erst mal neun Level da rüber, das ist schon mal ein Vorteil. Ich glaub, Stärke wird da reichen. Ja, okay. Ich wollte jetzt eigentlich sagen, Stärke wird viel ziehen, aber nicht reichen. Aber na gut, war ein One-Hit. Sehr schön. Jetzt kommt Magnaien. Das dürfte zu besiegen sein. Und zwar... Komm, setz Stärke ein, nochmal. Ja, setz nochmal Stärke ein. So. Äh, und ich weiß nicht, ob das jetzt, äh, irgendwie... Ich glaub nicht. Ich glaub, das macht gar keinen so großen Unterschied. Aber ich nehm Pokémon jetzt in noch besserer Qualität auf. Damit mein ich nicht, dass dieses Video hier 1080 ist, sondern, äh, die Auflösung von Pokémon. Also, ich glaub, das fällt bei YouTube gar nicht mehr auf, weil bei Pokémon da eh kein so großer Unterschied ist, äh, von 720 auf 1080 oder 480 auf 8080 und alles dasselbe. Aber jedenfalls, der Ton ändert sich dann halt. So. Ähm, das ist der Professor, der uns jetzt unser neues Pokémon gibt, was ich letztens ein paar gesagt hab. Thanks, thanks to you, we're safe. Wie? Oh, wir haben keinen Platz für Formio. Dann werde ich jetzt wohl... Blaulicht, äh, mal in die Box tun. Ich hab ja gesagt, das Pokémon werde ich eh nie benutzen oder brauch ich eh nicht. Yay, unser erstes Pokémon, was in die Box kommt. Äh, hier. Ja, und jetzt nehmen wir Blaulicht. Wofür hab ich eigentlich... Wofür hab ich eigentlich Skitty im Team? Das brauch ich eigentlich auch nicht, das Eneko. Aber, das ist, äh, das ist ganz okay. Es kommt erst mal in die Box. Nein, ich mein, äh, jetzt erhalte ich ja Formio und wenn gleich irgendwelche Pokémon kommt, die ich brauch, beziehungsweise hab ich ja schon ein Team-Pokémon, was ich mir unbedingt hier holen werde, das gibt's hier in der Nähe. Ich bin mir nur noch, äh, ich bin mir nur nicht sicher, ob's das, ob das irgendwie verändert worden ist in Ultimate Warby und ich bin mir nicht sicher, wann ich das überhaupt fangen kann. Äh, ja. Da müsste ich dann mal gucken. Und jetzt, jetzt, jetzt darf ich endlich rausgehen. Hallo? Tschüss, dankeschön. Und jetzt sind hier auch nicht mehr die zwei von Team Magma, die hier standen. Und jetzt sollte unser Rivale kommen. Ich hab mich nämlich letzten Part versprochen, danke für das Kommentar von, ähm, äh, ich hab gerade vergessen, wer das war, weil ich das Kommentar vor sechs Stunden oder so gelesen hab. Äh, wer war das denn? Banantastisch? Oder, keine Ahnung, äh, ich war auf jeden Fall, äh, ich bin ja auf jeden Fall das Mädel, also Maike, also kommt hier kein anderes Mädel mehr, sondern Briggs, der männliche Rivale. Und ja, äh, das sind alles so ne Pokémon oder Dog ist so, äh, hyper overleveled, äh, trainiert. Der ist so geil hier mit Level 39, da kann ich einfach jeden mit wegbashen. Das ist einfach so genial. Boah, ich liebe Dog, ey. Zum Glück hab ich mir den geholt. Und Stärke, das ist ne Normalattacke. Mit 80, äh, Stärke. Na gut, das ist gut, aber, na gut, das ist gut, hä? Ja, äh, ein Reptain, das ist dann allerdings, glaub ich, nicht besiegt bei Stärke. Jetzt muss ich erstmal hoffen, dass ich das überlebe. Glaub, Klinge. Ja, es hat jetzt nicht so viel gezogen. Und Stärke reicht auch bei Reptain. Sehr schön, denn es ist doch jetzt 11,40. Und damit, äh, das war davor ja jetzt eigentlich schon, ist er mein stärkstes Team-Pokémon. Oho, du, 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 du. Ach ja, der heißt Brandon und nicht Briggs. Und nicht Briggs. Ja, ich hab denen dann, äh, am Anfang des Spiels wohl doch einen Namen gegeben. Und jetzt haben wir die VM fliegen bekommen. Oder wie gesagt, auch HM, also im Englischen hier heißt es ja HM. Äh, nö, hier lang surfen werde ich jetzt nicht. Hier gibt's nämlich irgendwo ein Item und diese Höhle da unten. Allerdings, äh, will ich kurz mal was gucken hier im hohen Gras. Wie viel wurde denn so verändert? Na gut, wenn mich schon als erstes ein Geradax angreift, dann brauche ich erst gar nicht zu gucken. Dü, 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 dü. Bierkassierte Kopfnuss. Und wir können denn nicht flüchten, denn dieses verdammte Pokémon hat mir eh nicht. Und dieses Pokémon will für Stress, Geradax. Komm jetzt, äh, trotz Sandwirbel werden wir wohl treffen, ja. Und, äh, ich werde erst mal abwarten, abwarten, abwarten. Ähm, ich, ich wollte jetzt hier eh nicht großartig auf Pokémon-Suche gehen, sondern, äh, hier sind noch Trainer. Genau. Darf ich vorstellen, äh, das ist, äh, Ninja-Kid. Äh, Ninja-Kid versteckt sich des Öfteren gern mal hinter Pappbäumen oder hinter einem Pappkarton, den er als Baum angemalt hat. Oh, weil er schneitzt, sehe ich gerade. Dü, 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 hoffentlich schneitzt auch morgens Weihnachten. Ähm, der ist doch schön, der gehe ich raus den ganzen Tag. Äh, da gibt's wahrscheinlich auch kein Video. Ähm, dü, 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 Nidjask! Komm schon! Wieso haben wir dich getroffen? Ich glaub, äh, das ist so auf die Leertaste jetzt gekloppt, ob das hört man im Video. Äh, ja. Das ist jetzt, äh, hallo? Hallo, wieso? Hallo? Alle Attacken gehen daneben, was soll das denn jetzt? Und, äh, Nidjask boostet immer noch seine Initiative durch diese verdammte Fähigkeit da. Jetzt hab ich nur noch Biss, ganz toll. Und das wird mir jetzt auch zu doof. Los, Pandiro, regel du das. Und ich trink kurz was. Das war jetzt ja mal großer, großer Müll. Mal abgesehen von, äh, also Fury Cutter. Mal abgesehen von, dass das nicht Zerschneider ist, weil Zerschneider nur Cut heißt, war das Zornklinge. Das zieht 1 Kp. Zornklinge wird jedes Mal, wenn es, äh, also das so öfters eingesetzt wird, jedes Mal macht es mehr Damage. Aber wenn es beim ersten Mal schon 1 Kp macht, äh, dann brauchst du damit gar nicht zu kommen. Hier ist noch einer. Darf ich vorstellen, das ist der Bruder von Nidjarkid. Und er versteckt sich ebenfalls gerne hinter Bäumen, die er auf Pappkartons, Pappkartons gemalt hat. Ja, genau. Und ja, ähm, das sind eigentlich, oder eigentlich haben die immer so Smogon, Ninjask, Ninjatom. Äh, was haben die sonst noch? Ja, die haben doch immer nur so eine Pokémon. Das sind doch so eine ekeliebende Smogon und... Ja, hab ich ja eben gesagt. Also auf jeden Fall, ich weiß nicht, was sie sonst noch haben. Nidjask und Nidkada haben sie, glaube ich, nicht mehr. Äh, ja, Pandiro jetzt erstmal rein, weil der richtet dann schon hier. Ich hab mal, ich will mal wieder Flammenwurf einsetzen, das hab ich schon so lange nicht mehr eingesetzt. 15 AP, das ist überhaupt die geilste Feuerattacke ever. Die rulet doch einfach mal mit 95 Stärke, ich glaub 100 Genauigkeit und 15 AP. Okay, das ist so eine geile Attacke. Also die wird Pandiro das ganze Spiel überhaben, auf jeden Fall. Na gut, es gibt hier, wie heißt das, ne? Ein paar Attacken, äh, ich weiß nicht, in der vierten Generation... Äh, warte, in der vierten, in der ersten, zwei... Ja, in der vierten, äh, in der vierten Region... Äh, Region... In der... Wie, was, wie hieß das denn jetzt? Hä? Erste... Erste... Also in Diamant, Pearl, Platin, ihr wisst schon, ähm... Da gibt es, glaub ich, Hitzewelle und so, die ist auch ganz okay, aber... Ich mein, also was ich sagen will ist... Wie heißt das jetzt? Es gibt ja zum Beispiel Aquahobitze, Fauna-Statue und... Diese komische Feuerattacke. Ähm... Äh, nein, wie heißt das? Ich hatte es doch gerade. Aquahobitze... Fauna-Statue und... 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 Heißt das echt Aquahobitze? Ja, heißt es... Jetzt kann ich euch kurz was zeigen. Hier seht ihr unsichtbar Slicks. Äh, äh... Ich kann aber trotzdem nicht zur Pokémon-Arena. Ja, woran das liegt, das werdet ihr gleich erfahren. Aber erstmal muss ich diese Route hier machen. Ähm... Ja... Die hat uns gerade gesagt, die Arena ist blockiert. Ja, ach ne. Und, äh... Ja... Jetzt muss ich hier erstmal die Route machen, gegen andere Täter kämpfen. Und ja, das kann lustig werden, aber... Ich werd euch sagen, äh... Ich werd's noch zur Arena da schaffen. Und das geht schon... Och, Mensch... Jetzt hab ich ja, äh... Boss... Ja... Boss, der hätte sich eigentlich auch schon längst entwickeln können, hätte ich ihn mal trainiert. Aber... Nö. Dazu hatte ich irgendwie keine Lust. Boss, komm. Jetzt noch ein, äh... Lebensschuss. Ey, komm, wenn das jetzt nicht reicht, ne. Das wär so peinlich. Oh, gut. Ich wollt schon sagen, äh... Ich... Hab hier jetzt Lebensschuss eingesetzt, dann hätte ich mich selber so... Geowned. Wenn der denn nicht besiegt gewesen wäre. Jetzt nochmal ein Takedown. So, und dann... Hat sich die Sache auch gleich schon wieder... Weil ich mich mit Boss einfach mal wieder... selber besiegt. Okay, die Aquawelle hätte jetzt nicht sein müssen. Boah, die hat aber trotzdem viel gezogen. Das war ja mal... Ist doch nur Level 31. Ich mein, ich bin Boss hier... Also, ich bin, äh... Ich hab ein Morabble auf Level 33. Also, hallo. Das ist schon, äh... Komisch. Das Boss ist eh gleich besiegt. Ich werd erst mal hier lang gehen. Du, 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 du... Äh, 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 äh... Zickzackon, use cut. Du, 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 du... Finden wir hier denn auch mal ein Item? Was ist das denn? Und Sonderbonbon, Rare Candy. Ich wollte gerade sagen, was ist das? Dafür, äh, werd ich natürlich... Da werd ich natürlich... Macho Band werd ich jemanden geben. Äh, Pandiro will zu e.V. haben. Ja, willst du? Gebe ich einfach mal Pandiro. Und dann finden wir unser Sonderbonbon. Also Rare Candy, müsst ihr euch merken. Immer wenn's, äh, Rare... Wenn da Rare Candy steht. Immer wenn's irgendwie so ne Gänge gibt. Ihr müsst immer auch so, äh... Also, da sind Items und man sieht sie ja halt nicht. Und ihr solltet da immer drauf achten. Und wenn da dann Rare Candy steht, dann ist das ein Sonderbonbon, ja. Äh, vielleicht wisst da einige von euch, was ich jetzt erstmal machen will. Und zwar will ich jetzt endlich diese verdammten Sachen verkaufen, die mir aber auch richtig viel Geld einbringen. Ich seh grad, ich hab ein Wochen nach Tausend. Ähm, Mondstein werd ich nicht verkaufen. Aber Nugget bringt 5.000. Nein, ich will noch mehr verkaufen. Yes. Äh, so, was hab ich denn alles? Ich hab, äh, Stardust dreimal. Bringt immerhin 3.000. Und sonst, äh... Rare Candy. Da kriegen wir 2.400 von. Allerdings werden sich vielleicht einige von euch, äh, hüten, die, äh, Sonderbonbons zu verkaufen. Weil ich weiß ja nicht, wie lange ihr das Pokémon-Spiel spielen wollt. Wenn ihr denn nachher Pokémon habt, die über Level 70 oder 80 sind, äh, ich glaub, dann bereut ihr das für 2.400 ein, so einen Sonderbonbon verkauft zu haben. Route 120. Fortree City. Ja, äh, ich verabschiede mich mal mit diesem Bild hier, mit meinem Trainerpass. Dash Trainer Card. Ja, oder mit der Trainer Card. 4 Orden, 6 Pokémon und Pokédex ist natürlich nicht sehr viel. 108.793 Money. Und diese, äh, relativ lange Spielzeit von fast 11 Stunden. Na gut, äh, 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 ne, ich hab 5 Orden und nicht 4. Ich hab gerade 4 gesagt. Ja, wir sehen uns nächstes Mal wieder hier, würde ich sagen. Das war's von mir. Äh, äh, vielleicht habt ihr's gemerkt. Nicht, weil diesen Part wieder sehr erkältet. Oder, naja, äh, es ist noch früher am Morgen. Da hört sich meine Stimme eh immer so an, als hätte ich irgendwie, was weiß ich. Ja, ne, als, äh, meine Stimme suckt. Genau. Also, wir sehen uns das nächste Mal wieder hier. Und tschüss. Das war's von mir. Haut rein, Leute.